Schauen wir, was er zusammenspielt, das ist natürlich nichts. Er schiebt nur lieber, anstatt dass er schießt. Theater, Theater, das ist das ganze Spiel. Nächste Woche Katzwang, Herr von und zu Matthias. Was ist, Thüringen? Ich habe jetzt schon Angst vor dem Turnier. Ich habe so viele Punkte verloren, dass viele nicht mehr... Du spürst nicht mehr Turnier. Oder? Ich doch. Was ist hier? Gedächtnis Turnier oder Kreismeisterschaften? Ich hätte Gedächtnis Turnier. Kreismeisterschaften sollten schon gewesen sein bei euch, oder? Was doch nicht spielt? Nein. Und Action! Ja, da legst du nieder. Jetzt greift der Ballon an, der Handy. Mit Ballon greift er jetzt an. Oh! Mensch, das ist ein. Neun Beine. Neun Beine. Helmut Henke verkürzt auf 1 zu 2. Noch ist nichts verloren. Wir schalten inzwischen live zu Matthias Laudenbach. Was sagen Sie zum Verlauf dieses Turniers? Schade, ich habe heute ganz schlecht gespielt und im Halbfinale gegen James verloren. Fünfte Satz. Elf, neun verloren. Nach 5 zu 1 Führung. Nach 5 zu 1 Führung. Wie konnte das passieren? Das ist einfach Pech. Pech. Unvermögen. Unvermögen. Pech. Schau doch mal. Der James Dime aufgemacht. Bei neun. Bei neun beide im fünften Satz hat er James Dime aufgemacht. Die Analyse des Oberschiedsrichters. Das Timeout bei neun beide im Entscheidungssatz, das brachte endgültig den Genickbruch für Matthias Laudenbach. Scheiße. Alles will die Jungen klar bleiben. Scheiße. Alles will die Jungen klar bleiben. Man braucht ja die Jungen. Scheiße. Wenn er nur halbwärzig schießt. Sonst spielt heute gut. Spielt wie immer. Man, er ist in letzter Zeit sehr sicher geworden, das muss man schon sagen. Aber gegen euch zwei hat er eigentlich keine Chance, wenn ihr richtig schießt. Weil wenn einer schießen kann. Der trainiert auch fünfmal wochen. Na ja. Ist ja erlaubt. Ist doch erlaubt. Ja. 2 zu 4 mit dem Rücken zur Wand. Aufpassen. So ist das, wenn man die Hosen voll hat. Oh ja, das ist die Reaktion. Genau. Dann ist der nächste Punkt auch gleich weg. Eieieiei. Ja, das ist das Spiel von James. So braucht es. Na ja, dann können wir ja mal fragen, ob da als Siegprämie eine frische kurze Unterhose drin ist. Eine Sommerunterhose zum Sommertraining. Drei, sieben. Ooh. Trei, sieben. Go, hängen geht, go. Trei, sieben. Trei, sieben. Trei, sieben. Trei, sieben. Trei, sieben. Trei. Trei, sieben, fünf. 18 Oh nein, 5-9 10-6 Met Ball Und der Henke die Hosen voll hat er Wahnsinn Dann 7 Du solltest nicht versuchen gut zu spielen, Lothar James Das bringt nichts 11 7 We are the champions We are the champions Wir waren zu hoch Kein Mut Aber das ist nicht ein normales Spiel Das ist der einzige Spieler wahrscheinlich In Nürnberg Vielen Dank.